Okay, gerade haben elf Leute angenommen. Warum zur Hölle? Was ist denn jetzt wieder? Ich glaube, meine Kamera spinnt wieder im Moment. Ja, da spinnt die doch schon wieder. Das wird nicht besser. Weißt du, da habe ich schon die Ausleuchtung wie in einem Studio. Oh, ich kann... Es ist leider nicht hier noch Ausleuchtung. Na ja. Na ja, vielleicht will ich ein bisschen hier noch. Ich weiß nicht. So, 108, 64, 46, 75, 61, 50, 40. Oh my God. Und ich bin der mit dem höchsten Level. Geil. Nur 10 Sekunden. Ich muss ja noch sieben Worts aufstellen. Wo haben wir da? Tee auf der Rübe ist bei dem. Wo ist der Miki? Spannend. Unser gelber will im Jungle. Das heißt, auf einer Lane müsste ein Carry spielen. Alright. Ah, okay. Warum auch immer unser FFS Virtus Game Alter, er hat 3000 Spiele 2000 Spiele Okay Was ist das denn für eine Trophäe, irgendwas lächerliches Das sind 300 Spiele, also Alles gut soweit, Draw Ranger Wirkt sich nur aus auf Was soll denn das? Nicht schlecht Ach, verdammt Was ist denn das? Jetzt bin ich doch mal gespannt, wie das alles geht. Ich bin echt mal gespannt. Es wird nicht einfach, sagen wir mal so, aber unmöglich. Es ist auch nicht unverdient. Ja, da bräuchten wir eigentlich noch einen mit ein bisschen mehr Damage. Ja, ja, alles gut. Das war natürlich jetzt geil. Mist, im falschen Moment D drückt. Ich gehe, wo ich bin. Oh, stimmt, wir sind ja Magie. Da haben wir ja irgendwie einen Vorteil der Magiestärke. Komm, versuch mich zu rucken. Ja. Follow. Es kommt alles zusammen. Und schluss mich. Und du bist zurück. Er ist für meine Grund. Was? Yes. Hm. Hm. Oh, dear. Oh, dear. Oh, dear. Oh, dear. Jetzt habe ich natürlich keinen... Ah, na. Aber ich kriege ihn hin. Hm. Witzigerweise funktioniert anscheinend hier. Double Support Lane bis zu einem gewissen Punkt, da beide eben relativ schwach sind. Spach zuschessa. Spach desmaßens. Und wieder die unbilschenschaft. Die hauern. Die hauern. Die hauern. Die hauern. Die gegnerischen Sie sind die- So knapp. So knapp, verdammt. So knapp, verdammt. Will er jetzt auf einmal doch nicht mehr Solo spielen? Ja, mal was interessantes. Okay. Wo ist Parch? Ich würde ihn gerne einschließen. Oh, ich werde ihn nicht mehr so versuchen. Ah, nicht mehr so. Oh, schweiß. Ah, schweiß. Oh, schweiß. Ah, das stimmt. Ach, das stimmt. Oh, schweiß. Eine Ahnung. Lockdown, warum nicht? Das ist gut. Und Walls. Und Walls kann ich kaufen. Sieben Stück. Ich habe jetzt schon den dritten, meine ich. Von daher, alles gut. Die Walls, die stehen auch noch im ganzen Moment. Silencer fehlt. Wir haben Walls. Nein. Wirklich. Lichen. Jetzt hat er auch was abbekommen. Ich sollte unbedingt... Stinkt. Ja, shit. Gucken, dass ich... Da ist er doch. So, jetzt habe ich bloß kein Mana mehr. Oh, ja. Schade. Aber Iludower ist natürlich schon cool. Aber das ist natürlich dann auch jedes Mal... Bisschen... Risky. Naja. Nein. Nein, nein. Ich schade ihn. Nein, nein. Nein, nein. Hier! Ich schade ihn. Nein. Ich schade ihn. Ich. Ich. Stefan. Ja, ich schade ihn. Ja, ich schade ihn. Das ist nicht so. Ich mache ihn. Ich mache ihn. Ah, shit. Im Ernst jetzt? Denial silence. Ich könnte kotzen. Das wäre mein verschissener Kill gewesen. Junge. Ja, dann... Na, ist noch zu lange. Ist noch zu lange. Na, na, na. Na, na, na. Na, na, na. What the heck? Ich war schon zang. Zang. Okay, das funktioniert einigermaßen. Was soll das denn? Ich habe meine Ulti behindert. Aber er läuft weg. Ich habe die Zabarange. Ich habe die Zabarange. Ich habe die Zabarange. Ja, das ist ein bisschen doof. Nicht nur ein bisschen. Guck, dass die kein Platziger da haben. 2, 1, 5. Nicht schlecht. Und natürlich. Oh mein Gott. Nein, weg! Ja! Ah, scheiße. Ah, scheiße. Junge, das war ja... Unglaublich. Ich weiß gar nicht, dass er so oft drauf geht. So komisch, wie der sich verhält. Bin ich wegen dem drauf gegangen. Unglaublich. Ich weiß gar nicht, wie der sich verhältst. Da hab ich ihn gesehen. Vielleicht auch nicht ihn, sondern irgendwen anders, aber... Okay... Ach wirklich... Ah... Das haben wir auch von mir bekommen. Das ist ein Einwirkus-Spring. Einschränkungen! Das ist ein Einwirkus-Spring. Das ist ein Einwirkus-Spring. Das ist ein Einwirkus-Tack. Was ist das? Das ist jetzt gefreut, habe ich gesagt. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Die Wand in der Tower. Alles was sealed. Wtf. Das ist ein Rätschenspiel. Das ist ein Rätschenspiel. Das ist ein Rätschenspiel. Ich kann es, ich kann es. Nein, das ist ein Rätschenspiel. 夜 150 regi. JochenEST Michael. Das ist ein Rätschenspiel... Ja das sind kein Lätschenspiel. Als Niveau passiert. So, bewege ich mich mal ein bisschen schneller, diesmal durchaus angebracht. Ich gehe, wo ich bin. Oh ja, Riken. ja schön dass du deine ulti noch nisch hast das hilft mein kundes jahr top tower ist oh geil Das hat's jetzt echt gebracht, Junge. Scheiße! Das war ein Fail. Noch viel zu spät. Das war's jetzt. Oh, das war's jetzt. Hm. Noch mehr? Noch mehr Todes? Oh, komm schon. Ja, komm schon. Das war's jetzt. Der Kursch ist ein Doppel-Slauter. Die Schmerzen sind nun in den Kurschern. Ich schaffe diese Hand, die mich beendet hat. Ich werde es für meine eigene Hand. Die Schmerzen sind in der Kurschern. Die Schmerzen der Kurschern ist in der Kurschern. Ich habe die Keilen immer noch nicht zuerst ausgebildet. Ich meine, so effektiv sind sie jetzt auch nicht, aber naja. Scheiße, ich habe vor ihr aber jetzt noch. Ist er eine Linken? Nein. Ich habe eine Linken. Weaver hat eine Linken, aber der Weaver ist die Linken. Ich habe eine Linken. Das nervt. Deswegen wollte ich den doch eigentlich auch bannen, oder? War da nicht was? Was? Okay. Was? 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 Mist Oh, guck mal einer an Jetzt hier fast so ein bisschen Das schon ausmacht, ne? Habe ich die eigentlich da oben umgebracht? Ne, doch, keine Ahnung Habe ich die Wards? Jetzt hängen wir hier alle so ein bisschen blöd rum Da ist ein Century, was auch immer Das finde ich komisch, abgekackte Sprache, warum? Fahnen Ja So, okay Während darum noch Weaver Ja gut, mit einem Century da Klappt das schon noch Das Problem ist einfach nur Oh Shit Shit No Hat die Leute ein bisschen geärgert Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja Haha Kleines Problem mit dem Sidelens Nein Ah Ah He's a mini-man He's a mini-man He's a mini-man He's a mini-man Ach, vielleicht hätte ich doch auf Top gehen sollen. Ich hätte nicht so oft sterben müssen. Ach so. Es ist noch ein Ding hier. So, Windor. ah ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe Ich bin der Fall, ich bin der Fall, gleich unter diese Scheiße Halt sich blödermaßen wieder. Nein! Wow! Okay. Das ist natürlich schön. Oder auch nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich es jetzt geschafft, tatsächlich meine Quest zu erfüllen. Einen Sieg und wahrscheinlich kriege ich auch noch da was dazu. Also, ja, komme ich dem langsam ein wenig näher. Na gut, dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Tschau! Tschau! Tschau!